42 City tour Stadtbesichtigung Ist der Markt sonntags geöffnet? Ist der Markt sonntags geöffnet? Ist die Messe montags geöffnet? Ist die Ausstellung dienstags geöffnet? Hat der Zoo mittwochs geöffnet? Hat der Zoo mittwochs geöffnet? Is the Museum open on Thursdays? Hat das Museum donnerstags geöffnet? Hat die Galerie freitags geöffnet? Hat die Galerie freitags geöffnet? Darf man fotografieren? Does one have to pay an entrance fee? Muss man Eintritt bezahlen? How much is the entrance fee? Wie viel kostet der Eintritt? Is there a discount for groups? Gibt es eine Ermäßigung für Gruppen? Gibt es eine Ermäßigung für Gruppen? Gibt es eine Ermäßigung für Kinder? Gibt es eine Ermäßigung für Kinder? Gibt es eine Ermäßigung für Studenten? Was für ein Gebäude ist das? Was für ein Gebäude ist das? Wie alt ist das Gebäude? Wie alt ist das Gebäude? Wer hat das Gebäude gebaut? Wer hat das Gebäude gebaut? I'm interested in architecture. Ich interessiere mich für Architektur. I'm interested in art. Ich interessiere mich für Kunst. Ich interessiere mich für Kunst. I'm interested in paintings. Ich interessiere mich für Malerei. Ich interessiere mich für Malerei. Ich interessiere mich für Malerei. Für mich ist ein tolles Überlebensmöglichkeiten.